hallo und herzlich willkommen zurück zu split second ja wir hatten in der letzten folge das elite rennen gemacht nicht erfolgreich ich habe es noch nicht ganz nach gespielt ich habe jetzt zwei durchläufe versucht und versagt aber das werde ich auf jeden fall nachholen und wir werden jetzt erstmal in die eisen machen heute bei split second mal wieder viel viel bomb in der folge das literen haben wir sofort freigeschaltet für den nächsten wagen nur noch zehn credits und ich glaube die sollten wir eigentlich im nächsten rennen ganz gut finden ich habe mal mit dem wieder naja solange wir keine großartig neuen wagen kriegen werde ich eigentlich mit den wagen fahren die wir mit dem ich am besten zurecht kommen weil sonst wäre die wird das wirklich nonstop fail und das will ich auch nicht auch wenn ab und zu mal lustig ist jetzt anzugucken aber dann nonstop hintereinander ich glaube auch mit dem wagen mit die ich gerne fahr werden so einige fails kommen aber das werden wir sehen brandneue folge folge film werde mindestens siebter um den hansu bay und er zu gewinnen das sollten wir doch hinkriegen siebter werden siebter von acht glaube ich so dass mega problem und drei von diesen dicken da das gefällt mir nicht und eine neue strecke da hätte ich mal rumdriften müssen nein, ey, wenn ich den drifter sauen hier ist das auto einmal hier im drift dann jetzt sind wir achter 2,8 sekunden Die Strecke sieht ganz schick aus. Die ist sehr, sehr hell. Nicht sowas wie die auf der Baustelle oder so, dass das relativ dunkel ist. Obwohl die Abkürzung auf der Baustelle echt geil, genial ist. Nein. Genau. Eigentlich hätte ich mal... Was stellen wir überhaupt jemanden damit? Nö. Wir haben nur eine Zehnte verloren. Und es ist sogar ein Teil der Baustelle wieder. Seid ihr jetzt zurückgeknifft oder... Ach nee, du bist wahrscheinlich zerstört worden, Majestro. Aber diese ganz... ein bisschen längeren Passagen, die sind super zu driften. Mit dem aber sonst nicht der Wagen, ey. Fällt der mir nicht. Nein, nein... Genau deswegen. Du kannst ihn nicht genau lenken, wo er hin soll. Du blöder Wagen. Ach, 3,3 Sekunden bis zum siebten Platz. Ach, ey. Hocken wir hier noch auf den letzten rum. Aber erstmal die Strecke ändern. Boah. Uuh. Aber nur eins zerstört damit, ne? Oh, wo geht's hier hin? Ja, ich wollte noch nicht mehr driften, Kollege. 2,7 Sekunden bis zum siebten Platz. Ich hoffe, das spart uns so viel Zeit ein, dass wir auf den Ersten landen noch. So, jetzt sind wir Dritter. Zweiter. Erster. Das ist gut. Nein! Jetzt wieder Dritter. Aber wir sind jetzt nah an der Spitze auf jeden Fall wieder dran und nicht... Wow. Ah. Ja, ja, ja. Mann, das ist eine enge Kurve. Hallo. Mann, das wird jetzt aber auch noch eng hier auf den letzten Metern. Wieder... Wieder hier ein bisschen Energie sammeln. Ah, pass auf. Mann, kannst du dich nicht einfach... Wow, das war knapp. Ja, geht doch. Jetzt sind wir wieder Erster. Den heute haben wir zerstört. Uuh. Nein. Jetzt werden wir hier wieder geschnupft. Boah. Jetzt sind wir Vierter. Nein, nein, nein. Oh, Mann. Ja. Mann. Das lief doch so gut durch die Streckenänderung. Jetzt sind wir Achter hier. Kann man hier angehen. Mindestens siebter will ich jetzt noch werden, damit wir wenigstens den neuen Wagen freischalten. Das wäre zwar irgendwie so eine leichte Blamage, aber... Ey, shit happens, ne? Passiert. Ja, und da sind wir siebter geworden. Also absolut kein schönes Ergebnis. Aber wir haben unsere 10 Credits. Und wir haben eine neue Strecke freigeschaltet. Der sieht ganz schick aus, ne? Mal sehen, wie er sich fahren lässt. Boah. Wie schön. Siebter nur. Mal kurz mich auswusten. In die Eisen. Ja. In die Eisen. Das habe ich gemerkt. Und zwar so stark in die Eisen, dass wir auf dem Platz siebter Platz geworden sind. Aber jetzt haben wir ja ein neues Autochin. Sieht doch sick aus. Ja, gib Gummi, 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 Gummi. Boah. Sieht eigentlich ganz cool aus. Ja. Und der ist schnell. Der ist sehr schnell. Das merkst du sofort. Auch nicht so... Also deutlich agiler als der andere. Der fühlt sich halt deutlich leichter an. Und er geht sehr schnell in den Drift rein. Aber auch kann ich schon stark einlenken. Der ist cool. Oh, oh, oh. Boah. Okay, wir werden hier aber auch rumgeschleudert wie sonst irgendwas. Boah. Mann, hier ist ja gleich richtig Action hier vorne wieder. Boah. Oh, Zweiter. Leute, was macht ihr denn hier alles? Wollen wir nachher gucken. Die Dickener brauche ich gar nicht, dass wir in sowas kleinem ankommen. Mit solchen Druckwellen. Das schädigt die in keinster Form. Aber ihr seht ja, wir werden hier rumgeschleudert wie ein Pinball. Puh, hollah. Jetzt wieder Dritter. Ich hoffe, dass wir jetzt auf jeden Fall versuchen, mal hier abzukürzen. Mann, Auto, drifft ihr doch nicht nonstop hier. Nein. Jetzt sind wir Zweiter wieder. Okay, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Wollte das jetzt eigentlich... Hätte jetzt gern gehabt, dass wir die Strecke hier geändert haben. Aber das können wir uns vielleicht sogar... Ah, nee, können wir uns nicht für die letzte Runde aufheben, weil... Denn... Das ist schon die letzte Runde. Dann wollen wir hoffen, dass wir den ersten Platz hier halten können. Mit unserem neuen Flitzer hier. Nein, 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 nein. Wow. Boah. Das war knapp. Ja, dadurch kommen die natürlich hier auch nah an uns ran wieder. Weil wir da ordentlich an Geschwindigkeit verloren haben. Sehr schön. Der nächste... Da hätte ich jetzt gern durchgekonnt, aber... Ging leider nicht. Aha. Mann, dadurch verlierst du so viel Zeit. Das geht hier echt ab, ne? Seht ihr ja. Nonstop ein Powerplay nach dem anderen. Wir sind ja schon auf dem fünften Platz wieder zurückgefallen. So, jetzt aktivieren wir mal das Powerplay wie das Level 2 Powerplay. Und es zerstört wieder keinen. Also da bin ich echt voll enttäuscht, ne? Dafür, dass das Level 2 Powerplay ist. Und wir sind nur auf dem dritten Platz hier. Wir haben ja echt gerade keinen Run. Ich weiß nicht, was gerade los ist. Irgendwie schlagartig 3000 Mal schlechter geworden bin. Oder was da mit mir los ist. Mann, nein. Jetzt kommen wir nur auf den zweiten Platz. Na. Das Rennen lief eigentlich sonst ganz cool. Ist halt blöd. Wenn da einer vorne weg wäre, dann hast du keine Chance mehr. Enttäuschend, enttäuschend, enttäuschend. Wieder nur noch der zweite Platz. Ne, das Event wiederholen wir nicht. Wir machen jetzt mal... Gucken wir noch was? Ne, ich beende mal an der Stelle die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich würde mich freuen, wenn ich es nächstes Mal wieder einschalte, wenn es heißt wie das Blitz-Second.